Oh, die zeichnet. Oh, Takeru ist mit dabei. Takeru. Wir sind zu fünft. Na, endlich kommt der Sack mal. Bist du im Discord? Kannst du da sprechen, Takeru? Okay, ich weiß es nicht, das zeichnet nicht. Er fragt nicht bei uns in der Gruppe. Takeru. Aber Hauptsache, ich spiele mit. Das ist schon mal gut. Viel wert. Points 0. Ja, Takeru ist jetzt natürlich ein bisschen benachteiligt. Ähm, ja. Ich muss noch hier raten. Ich muss, ähm. Das ist die wievielfache Anzahl? Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, ohne da jetzt alles zu verraten. Äh. Er ist einmal hier und auf der anderen Seite ist er wie oft da? Hm, schön. Ach. Komm schon. Mensch, Zwergi hat mich schon ein... Ach, hab ich schon ein... Aha. Ich komm auch mal drauf. Takeru. Wir können noch so oft hier schreien. Er hört uns ja nicht. Macht er mit? Oder tippt er gar nicht? Kann er nicht lesen? Ähm. Doch, das kann er lesen, wenn er drin ist. Äh, ja. Takeru ist ein stummer mit, mit Zuschauer. Takeru. Ach, Mann. Komm. Oh, Alter. Hallöchen. Ah, Takeru hat was ausgewählt. Und malt. Oder wurde für ihn entschieden. Ja. Ja, er malt. Nein, er ist auch. Ah, er malt. Da ist er. Aber wir hören ihn noch nicht. Ähm. Ähm. Was ist... Was ist zum Henker? Hä? Hä? Was ist das? The fuck? Das sieht aus wie ein Glas aus dem, was rausgeschüttet wird. Das sieht ziemlich... abstrakt aus. Abstrakt Kunst. Okay, gut. Er hat sich anders entschieden. Äh. Ähm. Ist jeder das größer gemacht? Äh, wenn du selbst mit dem Pinsel mal kannst du größer machen. Das geht auch für den Radiokummi. Ähm. Ähm. Maudi ist ziemlich benachteiligt. Nein, bitte raus. Der Liebe hat eine Brüte. Muss ich gleich mal gucken. Was? Was will der von uns? Was ist das? Es sieht aus wie ein Glas aus dem irgendwas ausgeschüttet wird. Aber ich weiß nicht, was das jetzt genau sein soll. Hm. Ich... Ich kann's nur so tun und... Was zum Henker? Fenstertür, Alter. Auf was für Wörter komm ich denn bitte? Türstopper! Türstopper! Oh mein Gott, Alter. Darauf hätte man kommen können. Okay. Ja, natürlich hätte man. Hehehehehehe. Das muss ich nehmen. Ich würde was ganz Böses dazu malen. Das ist richtig böse. Nee, den hab ich nicht reingemacht. So. So, das ist... So, so, und so. Sind das Beine? Achso, nee, sind drei. Das sind Beine. Okay. Das hier. Und jo, und jo, und... Und... Ja, das ist böse. Das ist böse. Großer Kopf. Ja. Und der... Oh, ich mach mir damit Feinde. Irgendwas mit... Nee. So. Und da kommt dann hier noch... Ganz böse. Ihr müsst böse denken. Ihr müsst ganz, 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 ganz böse. Oh, nee, nee, oh. Ihr müsst ganz, ganz böse sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist bitterböse. Das ist fies. Das ist... Ich mach mir damit Feinde. Oh mein Gott. Ich weiß, was du meintest, aber... Sehr viele wahrscheinlich. Aber ich find's geil. Oh. Das ist, glaub ich, muss man nicht aussprechen. Nein. Das ist klar. Takeru left. Ich bin jetzt auch mal was geflogen. Ich wär jetzt auch... Also wenn ich... Ich wär jetzt auch beleidigt und wär gegangen. Der Österreicher ist hier flohen. Oh. Noch was Böses. Ich bin jetzt auch mal böse, ja. Oh nein, 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 nein. Das hast du nicht. Ne. Das Marsch gerade. Okay. Ich bin beruhigt. Ich bin... Nein. Nein. Genau. Genau. Was? Fast. Fast. Nein. Oh. Oh. Das ist wirklich ein bisschen böse. Ein bisschen. Ist nicht so böse wie meins gerade eben, aber... Oh komm, leck mich doch. Er ist braun. Ich komm nicht drauf. Oh Gott. Schwarzer Humor hier ins Kribbelio. Wir müssen einfach mal als nächstes, dass wir jetzt schon mal in diesem Part hier beschließen, würde ich mal sagen, wir spielen als nächstes hier jetzt Humanity. Ich kann nicht sprechen. Über Tabletop Simulator oder über die Website? Geht das? Über die Website würde ich sagen. Website, Tabletop Simulator nicht. Ist das gratis? Geht das? Kann man das? Oder muss man das kaufen? Den Simulator, den musst du kaufen für 20 Euro und über die Website, das ist kostenlos. Dann machen wir es über die Website. Ich hab's sofort. Ist das nicht eindeutig? Die Website hat aber teilweise sehr lange Wartezeiten. Ja. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Wirklich, das letzte Mal, als ich gespielt hab, war es echt einiges. Naja, ausprobieren. So böse, wie wir jetzt schon waren, wo wir jetzt bei den letzten beiden Worten waren, müssen wir unbedingt Cards against Humanity gucken. Äh, machen. Aufnehmen. Gucken müssen wir es dann auch bei dem jeweils anderen. Ich weiß es. Ich kann's bloß nicht schreiben. Ich kann generell nicht schreiben. Probier's. Probier's. Ja. Mhm. Es gibt nur richtig oder falsch. Ja. Oh. Und zwar, ich hab' gewonnen. Oh, ein dritter. Scheiße. Vierter. Ich hab' gewonnen. So, nächste Runde. Vom ersten Platz auf den dritten, ey. Machen wir noch eine Runde. Gut. Können wir machen. Ja, zumindest war Takeru mit dabei. Takeru. Takeru war mit dabei. Äh, ich weiß nicht, was das ist. Ähm, ich nehm' das hier. Ähm. Das ist eigentlich recht einfach zu zeichnen. Stiftchen. Ähm. So. Hey! What? So, ja, könnte man eigentlich schon fast sehen. So, daneben kommt noch, hier. Damit's eindeutig wird. Ja. Fisch. Aber, aber, ähm, wieso nicht dieselbe Farbe? Wieso müssen das bei uns unterschiedlich so sein? Ja, das muss so sein. Nee, ich, ich trage immer, äh, in der selben Farbe. Ah, ich würde ihn noch ausmalen. So, komm. Ich hab' gewiss gar nicht zweit. Ist jetzt ein blau-weiß-oranger. Oh Gott. Oh Gott, ich wäre schon immer so mein Bestes, also. Na dann. Na dann, viel Glück. Für uns. Hast wieder ein langes, ein schlimmes Wort. Wie lang ist es es nicht, aber. Ich hab' ich glaub' wie so klein geht, Alter. Wurde grad sagen, das hatte Takeru schon. Ähm. Ich drück' beim Ender immer. Oh Mann. Äh, was? Ah, Moment. Äh. Was zum Henker? Ich werd' jetzt fertig. Ah, okay. Modi hat mich drauf gebracht. Ja, ich hätte aber dann direkt danach eingegeben, wenn's überhaupt nah dran gewesen wäre. Ist es nicht. Ähm. Vielleicht Baumrat oder sowas? Also, ich sag' jetzt schon mal, das Rechte kann man essen. Ah, okay. Was zum Henker? Ah, ja, klar. Sehr lecker. Das sieht aber nicht wie ein Kuchen aus. Das sieht eher nach einem Käse aus. Das sieht wie so ein Kuchendiagramm aus. Es ist so ein bisschen... Es ist rund, also es ist ein Kuchen. Also entweder ein Rad oder ein Käse oder so. Ich hab' hier das Pinsel, tue ja, aber ich kann nicht zeichnen, mein Skubbel-Eingo-Bachtraum. Was, die ist halt auch 19. Ja, moin. Äh, das ist... Ähm... Was zum... Okay, das ist leicht. Ja, das ist wirklich leicht. Ja. Ah, ja, okay. So. Runde... Eins? Ah, nee, das ist noch ein Runde Eins. Was die anderen machen soll. Noch nicht 102. Okay, Moment. Ähm. Mit vier Buchstaben. Das muss was Kürzes sein. Ja, also es ist jetzt nur zur Verdeutlichung bisher, dass es da und das hier ist jetzt das, was tatsächlich das Relevante ist. Der Modi malt mal wieder das Relevante zum Schluss. Das habe ich schon mal Peacebeat gesehen. Ja, ich auch, deshalb... Der hat das genauso gemacht. Ich weiß, deshalb, darauf hab ich gebaut. Was zum Hänker. Deswegen kam ich jetzt drauf. Mach mir jetzt noch das hier. Mal noch ein Bau. Die, ähm... Die, ähm... Die haben darüber auch gemeckert, dass der... Ich weiß! Darauf hab ich gebaut, dass es mindestens keiner gesehen hat. Hm. Was? Ja, aber... Was zum Hänker? Das sieht grad aus wie so ein Kondom, Alter. Das sieht grad aus wie so ein Kondom, Alter. Das sieht grad aus wie so ein Kondom, Alter. Das sieht grad aus wie so ein Kondom. Ja, natürlich! Darauf wär ich jetzt gar nicht gekommen. Das sieht aus wie in mir. Weil ich kenn Peacebeat. Gott sei Dank! Oh, ja, das ist langweilig. Die Folge hab ich vorgestern geschaut. Ja, das wurd... Ich auch! Ja, toll! Das wurd ist langweilig. Aber gut. Ja, langweilig ist so wie Blut wohin, oder wie? Wusste ich so viel wie Blut. Ja, fertig. Ich sag das, fertig. Ich kann's auch in Rot zeichnen. Ist eigentlich völlig egal. In welcher Farbe wollt ihr's noch haben? In Braun? Oh, oh, Schweingab. Ja! Ist langweilig. Nie wieder solche langweiligen Worte. Hm. Ich will was Spannendes zu malen haben. Das... Ähm... Ähm... Was? Ne Tasse? Hey! Bleib mir aus dem Kopf! Ähm... Ähm... Ich komm nicht drauf. Aha! Aha! Ich war schon auf dem richtigen Weg. Alleine war's nicht ganz eindeutig, aber mit dem Kaffee kann man's drauf kommen. Ja. Ich hab zuerst bei den Steinen und die an einen Bausparvertrag gedacht. Bausparvertrag? Wie kommt denn auf sowas? Wegen dieser einen Bank... Bausparvertrag? 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 Hat pinkes... Violettes. Ein Fisch. Ein Fisch. Ah! Ja! Kumpelblase! Ah! Kumpelblase! Ein Fisch ist schon richtig, Fisch ist schon richtig. Ja, 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 ja. Ich weiß, dass... Aber es ist ein bestimmter Fisch. Ja, ich... Es sieht ja fast aus wie ein Ball. Ja, ich äh... Ich weiß, weshalb... Ich weiß, welcher... Es ist ein anderes Wort für Ball. Es sieht aus wie ein anderes Wort für Ball. Ein anderes Wort für Ball? Das, was man beim Bowling benutzt. Es ist ein... Ein anderes Wort für Ball. Kugelfisch. Kugelfisch. Ein Rundfisch. Ein Rundfisch, ey. Der Kautschock. Rundfisch. Ich kam nicht auf Kugelfisch, ey. Jetzt, wo die Arten alle aussterben, haben wir eine neue Art erfunden. Den Rundfisch. Das... Was? ob es das überhaupt ist möchte ich sagen ich verwechsel die dinger immer was zum hänker ist das komplett auf dem falschen weg sein irgendwas stift und schreiben was zum hänker ich weiß jetzt nicht 100 prozent ob es das überhaupt versuch doch einfach das kann du richtig oder falsch ja ich habe schon alles gezeichnet worum es geht auch noch achtet ich kann auch noch einen dicken roten teil drauf machen vielleicht nicht so langes wort ich schneide es nicht ich komme nicht drauf sicherheits nadel aber das herz namen sieht auch anders aus du soll ich dir meine sicherheits nadel zeigen das sieht anders aus ich weiß wie ich aussehen aber ich verwechsel die dinger immer okay ja ich weiß nicht wie es zeichnen so